Hallöche Leute, ähm, es ist 15.25 Uhr und ich hab nix besseres zu tun, als mir einen neuen Kanal zu erstellen. Ja, ähm, ganz kurz, ich hab jetzt grad nicht so viel Zeit, ich erzähl's nur mal kurz, ähm, warum und so. Ähm, also, ich hab einfach mal mir vorgenommen, ich wollte meine Videos professioneller gestalten. Ähm, allgemein, nicht so viel, ähm, ihr kennt ja die Playlist anderes Zeug, nicht so viel Scheiß machen, so, ähm, ähm, wie das Video The Revenge of the, of the, of the, nein, The Revenge of the People für die, also die, ihr wisst ja schon, was ich meine, das Video Die Rache der Menschen gegen die Creeper, keine Ahnung, wie ich das jetzt genannt hab, ähm, einfach so Scheiße wollte ich da nicht mehr produzieren, jetzt hab ich gedacht, Scheiße, der Name vom Kanal ist ja sowas von Abfuck, weil ich heiße ja eigentlich Legolas und dann die 111 und dann ein LP und das P ja noch klein und ich sterbe gleich, So, jetzt hab ich erstmal ein paar Leute danken, erstmal an LoLtPlay, der mir, ähm, gestern Abend ein paar coole Ideen und so vorgeschlagen hat, dann an alle, alle, mit denen ich eben, ähm, äh, in Facebook geschrieben hab, ich hab einfach mal gepostet und dann haben da so 200 Kommentare waren's, glaub ich, knapp, ach du Scheiße, Leute, echt, nie das von euch erwartet, dickes, fettes Danke an euch, werd hier grad sogar schon Skype angeschrieben, naja, gut, ähm, also dickes, fettes Danke an euch, ähm, der neue Kanal heißt Legolas LPS, also LPS, also Legolas LP mit einem kleinen S hinten dran, netten mich aber weiterhin Legolas, ähm, da werden jetzt erstmal professionellere Videos kommen und Co. So, jetzt habe ich mir noch einen kleinen Zettel geschrieben, was ich mir auch machen muss. Ähm, 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 ähm. Achso, ja, ihr könnt zwar schon auf den neuen Kanal, ähm, gehen, aber da ist noch, jetzt gerade noch gar nichts aktuell. Ihr könnt ja schon mal ein Abo da lassen, wenn ihr meine Videos weiterhin sehen wollt, aber nur dann, wenn ihr meine Videos mögt und mich weiterhin sehen wollt vorher, sonst braucht ihr gar nicht vorbeizukommen, weil ich habe keinen Bock, dass ihr mich abonniert und dann nach 10, 20 Minuten denkt, ach ja, eigentlich mag ich seine LPs gar nicht und guckst sie lieber nicht. Also überlegt euch das gut, ich kann nur Leute gebrauchen, die auch meine Videos gucken und gutes Feedback liefern. So, das nächste, ihr hört gerade ein bisschen knistern, hier meine ganzen Info-Zettel. Ähm, das nächste ist, ähm, b-b-büm. Äh, ja, ich werde halt die ganzen, ähm, es ist gut, es ist ja eine Playlist, ich kann auch Videos von anderen Channeln hinzufügen, das heißt, ich werde die ganzen Playlists, also wenn ihr wirklich erste Part, also zum Beispiel den ersten Part von Survival Minecraft sucht, dann müsst ihr immer auf Legolas, ähm, 111 LP gehen, aber das, ähm, ist jetzt Abhilfe geschaffen, denn ihr müsst jetzt einfach nur bei mir, äh, auf Playlists klicken und dann, ähm, in die, ähm, Let's Survival Minecraft, also die heißt eigentlich Minecraft, Folge 1 bis 200, in diese Playlist geht ihr einfach rein und zieht euch, da sind die ganzen Videos drin, und dann zieht ihr euch einfach alle rein, viel Spaß damit und wir sehen uns dann auf meinem neuen Channel mit den ersten neuen Videos und Co. Bis dann, Leute, viel Spaß auf dem neuen Channel, abonnieren, kommentieren, favorisieren und so. Bis dann, Leute, ciao! Ciao!